Das Rohde und Schwarz Werk in Theisnach und das Kompetenzzentrum für die mechanische und elektronische Fertigung. Mit allem, was dazugehört. Wir decken das gesamte Leistungsspektrum der Metallverarbeitung ab. Hochmoderne, effiziente und zertifizierte Produktionsprozesse schaffen Vorteile am Markt, von denen unsere Kunden profitieren. Bei allem, was wir tun, ist die Leidenschaft und Begeisterung unserer Mitarbeiter das wichtigste Werkzeug. Rode und Schwarz ist Markt- und Technologieführer in vielen Bereichen und ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Durch die qualifizierte Ausbildung unserer Mitarbeiter sichern wir die nachhaltige Entwicklung unseres Standortes. Als Hersteller sämtlicher Leiterplatten für den Rode und Schwarz Konzern ist das Werk in Theisnach seit jeher ein Garant für höchste Qualität und neueste Technologie. Rode und Schwarz Theisnach ist Spezialist für die Montage elektromechanischer Baugruppen und Anlagen. Durch ein eigenes Ersatzteillager sichern wir den Service von uns hergestellter Produkte auf Jahrzehnte. Menschen in mehr als 80 Ländern empfangen heute TV- und Radioprogramme über Sender aus unserer Fertigung. Wir sind Experten für das Einrösten von Kommunikations-, Mess- und Funkerfassungstechnik in Container und Fahrzeuge. Unsere Systeme für die Funkkommunikation sorgen für Sicherheit. Mit uns als Partner ist das Außergewöhnliche nicht nur denkbar, sondern auch machbar. Und erst wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind wir es auch. So einfach. Rode und Schwarz Rode und Schwarz